So meine Freunde, wir sind hier auf dem teuersten Scheißhaus der Welt in Frankfurt, Frankfurt. Und wir sind hier nicht in der Deutschen Bank oder in einer Golddepot-Lage, sondern wirklich auf der Tolelle in Frankfurt, im Mai-Zeit. Wahnsinn. Und natürlich, das wollen wir uns natürlich auch befallen lassen, was kostet hier? Und man hat gleich gesagt, dass man die Flasche hier ist. Und ich habe gesagt, ey, ich muss so Pilli, ne? Wahnsinn. Was hier abgeht, ist die absolute Oberkönung. Aber dafür ist ein Applaus für euch unterwegs, auf Reisen, um das hier zu dokumentieren. Schaut euch das mal an. Goldpfadern und Militärer auf dem Scheißhaus. Wie die sind so meine Freunde. Wahnsinn, der absolute Oberkrache, ne? Oh, die Hände war schon hier. Und der Obel, der vorne will gleich nochmal Geld haben. Wie die Schließfächer hier gemacht. Wahnsinn, guck mal hier. Nur mal. Wie die Schließfächer, ne? Das ist der absolute Oberkrache hier. So, und dann sehen wir, was man alles erlebt in Bancourt. Reisen, da. So, so viel ist in meinem Kopf. Das ist hier ein Golddepot-Lager oder was? Haben Sie schon viel Mühe gegeben, ne? Ich würde es übertrieben. Ich würde es auch ein bisschen übertrieben. Aber das machen die natürlich auch nur, weil sie vom Kunden dann hier auch etwas verlangen möchten. Ja. Aber zumindest riecht es gut hier, ne? Wahnsinn. Das ist gut im Duft. Das muss man den Leuten lassen. Und auch der Boden schön sauber. Ja. Kann man nichts mehr haben. Das muss man den Leuten lassen vom Toiletten-Dienst hier, ne? Und, äh, ein selbst trockener, Händetrockner, äh, ja. Wahnsinn, das ist ja Hightech. Die haben wir besser. Das ist ja Hightech hier. Schau mal. Händetrockner. Wahnsinn. Ja, absoluter Oberbürgermeister. Oh, ja. So, jetzt werden wir mal rausgehen. So, jetzt gehen wir scheiß auf der Welt. Habt ihr euch noch mal was einfallen lassen? Das ist ja hier wie bei der Deutschen Bank in der Goldlager. Wahnsinn, mein Freund. Wahnsinn. Wie in Dubai. Ja, wie in Dubai. Aber fast nur wie in Dubai. Hier mit den Goldbarren hier. So, wow. Wow. Das ist ja wirklich absolute Oberkrader hier. Ja, wie gesagt, äh, wie machen wir uns mal in Frankfurt hier? Jetzt sind wir mit dem Airliner heute in Frankfurt gefahren. In einem schönen Flughafen erst einmal. Da gab es natürlich wieder eine absolute wahnsinnige Verspätung. Und da mussten wir dann irgendwie umsteigen. Irgendwie so am ICE-Bahnhof von Flughafen. Dann zum Bahnhof, Hauptbahnhof von Frankfurt. Dann hatten wir für die Plauze erst einmal. Schau dich das erst einmal. Das ist hier ein schönes Einkaufszentrum erst einmal, ne? Huuu. Hat der Plauze erst einmal hier schön Werbung gemacht hier, ne? Für TV Plauze. Lass mal gleich mal eins hier liegen hier. Die Nummer eins auf YouTube. TV Plauze. Jedenfalls, äh, was soll ich schon sagen? Ja, wir wollen doch mal gucken, vielleicht noch ein paar Schüchen hier. Noch ein paar Schüchen gucken hier. Das ist ja schöne Läden. Wir waren vorhin gerade eben im, 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 im Footlogger gewesen. Wow, die haben, ey, die haben Schuhe. Die kommen wirklich von einem anderen Stern. So Schuhe haben die in Darmstadt ja gar nicht hier. Das ist schon ein anderes Level hier, ein anderes Niveau. Frankfurt ist halt schon over the top, ne? Over the top ist halt schon, äh, die Stadt der Städte. Another Level City, ähm, oder, äh, High Class, äh, Belletage, äh, Ornfern, Paribel, ähm, ja. In diesem Sinne, äh, äh. Guck mal, da vorne ist die Eintracht. Guck mal, da vorne ist die Eintracht, ey. Und wie spielt man auch die Eintracht, Jungs? Gewinnen die? Ich habe auf die gesetzt, sie müssen gewinnen hier. Und heute, pass auf, Bayern gegen Offenheim wird nicht in Hoffenheim gewinnen, Bayern. Weil Bayern hat Druck jetzt und das machen wir nicht. Offenheim hat keinen Druck und gute Mannschaft. Und Jungs, hier, schaut mal ein, das ist mein YouTube-Kanal, die Nummer 1 auf YouTube. Guck mal, hier ist doch die Eintracht. Jawohl. Da ist doch die Eintracht. Hoffentlich gewinnt ihr morgen hier gegen Freiburg. Weil ich habe auf die gesetzt. Ja, in diesem Sinne, meine Freunde und Freunde, hoffe, ich kann euch einen kurzen Eindruck hier aus Frankfurt an Bungens Metropole zeigen. Das sind ja wirklich unfassbare Menschenmassen hier. Und in diesem Sinne, bleibt mir traurig, bleibt dran. Beim besten, einzigartigen, wahren Kanal in ganz Deutschland, TV-Klauze.